Willkommen zurück zu Let's Play WWE 12 oder WWE 12 auf Deutsch, wie man möchte. Wir sind bei der Survival Series und uns haben 3 on 3 Elimination Tag Team Match mit PIN Vielleicht sitzt er in einem Auto an einer Intersektion, wartet für einen Stopseite zu grün. Wie soll ich wissen? Oh, schöner Guttbuster. Und jetzt er in die Seile. Und was gibt's als Move zurück? Ein Powerslam. Oh, Regal mag zwar ein guter Techniker sein oder war oder ist. Keine Ahnung. Aber er redet so schwul eigentlich. Naja, ist vielleicht der britische Akzent. Ich weiß es nicht warum, aber egal. Schnell wieder in den Ring und weiter Del Rio bearbeiten. Und Bodyslam. Schöner Big Boot. Wechseln wir. Was? Und Snap Suplex. Ich höre gerade so ein bisschen den Kommentatoren zu, weil Regal da ja auch ein bisschen erzählt. Ich würde es empfehlen, dass du dich an alle Mitgliedern bezeichnest, mit einem typen, der mehr fitter mit unserer Pedigree. Enough of this, Mr. Regal. Going forward, you shall refer to me as Lord Regal. In there are the ropes. Oh, den Move habe ich gerade nicht gesehen, aber der hat einen guten Impact gehabt. Und schon wieder Rope Break. Steigen wir mal aufs Ringseil und... Oh, schöner Leg Drop, aber nicht richtig getroffen. Dafür wieder ein paar schöne Schläge ins Gesicht. Signaturmove. Komm. Ja, hältst du gern. Hopfer. Komm rein, Mexikaner. Was macht ihr denn? Mein Finisher ist gerade noch... Ah, bleibt draußen, ist mir egal. Und Barrett, was machst du so heute noch? Sorry, muss weitermachen. Ey! Hallo? Gerade war der noch halb tot. Kontert er. Ja, ihr habt's gesehen. Du bleibst im Ring, Kollege. Komm mal, Swagger, haben sie dir ins Hirn geschissen? Und? Oh, schön. Hau bloß ab. Du genauso. Wow. Backbreaker. Da, Big Boot. Wechsel mit deinen komischen Leuten. Oh. Ich glaube, das Momentum hat noch einmal geändert. McIntyre ist immer so rutschlos. Und heute ist kein Exception. Well, Drew McIntyre hat, was ich mag, um einen brutalen Drive nennen. Und wir haben schon das auf Display gesehen. Dafür der Big Boot. Oh, mit Swagger-Amateur-Band-Ground, es ist so hart, dass diesen jungen Mann ausmanövrieren wird. Und belly-to-belly. Irgendwie haben alle einen belly-to-belly-Suplex drauf. Boah, der redet so komisch, äh, Regal. Und erneut der Swinging-Face-Slam, oder was das sein soll. Ah, den Move, den er machen wollte, konnten wir auskontern. Und erneuter Choke-Block. Könnte ich nicht mal wechseln? Das richtet mich gerade auf. Komm. So, jetzt möchte ich mal bitte wechseln. Nee, kann ich anscheinend nicht. Naja. Muss ich halt weiter auf den guten Swagger einschlagen. Ah, es ging auf jeden Fall bis zwei. Ob's bis drei geht, mal gucken. Oder ob ein anderer rein muss. Hallo? Nein! Hau bloß ab. Komm. Auch nur bis zwei. Und belly-to-belly. So. So. Hammer, hackt's hier? Nein. Was verloren? Äh, nein. Rückkampf natürlich. Ah, ich attackere jetzt alles, was hier rumläuft. Ich muss das alles mit, äh, Drew machen. Oh, jemand anderes, der alles sieht, was mein Weg ist. Herr Präsident, du merkst, dass du jetzt die größte Kollektion von jungen Talenten in der WWE heute guckst. Oh, ja. Jetzt dürfen wir den ganzen Rotz nochmal machen. Also, wir müssten das mit, äh... Was ist mit Big Shot? Was hast du versucht, dass du das Ziel bekommen? Oh, ich weiß nicht, dass ich mich und irgendwelche Mitglieder des UN-Kindem-Kommens-Kommens-Kommens-Kommens-Kommens-Kommens-Kommens-Kommens-Kommens-Kommens-Kommens. Oh, wir müssen es mit Drew McIntyre machen. Das machen wir jetzt auch. Am besten nehmen wir den, äh... Wir müssen mit diesem Kerl so viel auf die Schnauze, dass er kaputt geht und wir ihn pinnen können. Das hat jetzt aber so viel gebracht. Oh, Kontakta-Taste zu spät gedrückt. Gutwrench Suplex. Hallo, jetzt sind wir schon kaputt, oder wie? Das richtet mich gerade auf. So. Aktion an den Seilen. Wieder hochhelfen. Und... Na, bringt nicht viel. Wir haben noch... Dafür haben wir zu wenig die Arme bearbeitet. Ballet-to-Ballet. Oh, nein! Mann, ich will... Hier, solche Sachen. Ja, genau sowas natürlich nicht. Und wir... Wir müssen das alles mit McIntyre machen? Wie? Boah, wie schlecht. Ich will auch mal... Wofür habe ich Teammitglieder? Ja, die dürfen wechseln, aber ich nicht? Mr. Egal, was ist Ihr take of Alberto Del Rio? Do you feel like his lineage fits well with your group? Absolutely not. Del Rio may be wealthy and come from what passes for Spanish royalty. But that's nothing compared to the bloodline of the people of the United Kingdom. That was a pretty stupid question, Michael. Mr. Egal, if I may. Earlier, you referred to this team by a name. What did you call him again? Michael Cole. So. Ja, und das kommt dann er auch, oder wie? Ja, und das kommt dann er auch, oder wie? Going forward, you should refer to me as Lord Regal. Ja, ihr wollt jetzt alle mit Lord angesprochen werden. Naja. Eigentlich müsst ihr ja Sympathisant der Gruppe sein, da ich sie ja spiele. Und wieder ein... Ah, komm, lass uns mal einfach pinnen. So. Wow, warum stoße ich den heute so oft auf? Egal. Und er noch unser Spinning... Face-Slam. Das kontert er wieder. Hallo? Steh auf! So, Dropkick. Als erstes jetzt ihn hier ausscheiden lassen. Ja, wir sind jetzt auch fast tot. So, komm, aufgeben tut er eh noch nicht. Komm. Alter! Was ist das hier? Also, ich komme damit nicht klar, dass wir es nur mit ihm hier machen müssen. Dass wir es nur mit McIntyre machen dürfen. Was ist mit einem Big Show? Just what are you trying to get out of, Colt? But myself and any members of the United Kingdom have any knowledge of Big Shows' whereabouts. Maybe he's sitting in a car at an intersection waiting for a stop sign to turn green. How should I know? So. Komm, Suplex. So, komm. Oh, look at this! So, ich bin jetzt mal ein bisschen ruhig. Um halt hier jetzt ein bisschen auch was zu schaffen, weil irgendwie hängen wir hier jetzt an der Survivor Series fest. Er hat jetzt gar nichts mehr zu sagen. Danke, dass wir uns noch einmal an der Survivor Series mit der Survivor Series mit der Survivor Series mit der Survivor Series mit der Survivor Series. So. Irgendwie Swagger hat jetzt gar nichts mehr zu sagen. So, komm. Na, Swagger klappt nicht. Ja, und das kontert er jetzt. Swagger blockt er. Swagger blockt er. Rolling out of harm's way. Smart strategy there. Powerslam, super. This is a brutal drive in Drew McIntyre. He wants to win titles. Oh, hallo, richtige Richtung. Boah. Also, ne, dass wir nur McIntyre nehmen können, das riecht mich auf. Weil McIntyre ist nicht wirklich ein guter Charakter, finde ich, in dem Spiel. Shamus gefällt mir da tausendmal besser. Naja, Geschmackssache. Hallo, steh auf. Da. So. Und mit diesem Big Boot verabschiede ich mich für diesen Part. Bis zum nächsten Part von WWE 12 bei der Survivor Series. Tschüss. 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 Tschüss.